So, was haben wir denn als letztes Thema hier im neuen Lehrplan in Bezug auf den Writer in LibreOffice stehen? Hier haben wir die Fuß- und Endnoten. Fuß- und Endnoten sind praktische Ergänzungen im Text, die dann entweder bei der Fußnote auf der gleichen Seite dann unten nochmal genauer beschrieben werden und die Endnoten sind eigentlich dasselbe wie die Fußnote, nur die Endnote, die taucht dann praktisch ganz hinten im Dokument auf. Okay, und dann wären wir eigentlich mit den Themen soweit durch. Wir sind jetzt hier in der 10. Klasse, Lärmbereich 1, Fuß- und Endnoten. Okay, ich habe jetzt hier einen Text aus Wikipedia, da ging es um den Raspberry Pi. Hier wäre praktisch die Quelle. Die Quelle ist also das hier. So, und jetzt möchte ich zum Beispiel eine Fußnote hier entsprechend setzen und möchte beschreiben, dass Raspberry Pi übersetzt Himbeerkuchen heißt. Dann sage ich hier Einfügen. Dann haben wir hier die Fuß- und Endnote. Ich mache jetzt hier mal eine Fußnote. Also wie gesagt, Fußnote taucht auf der gleichen Seite am Ende auf und Endnote ganz hinten im Dokument. Dann sage ich OK. Und hier wird mir jetzt auch schon ein Einzel hier eingetragen. Hier unten eine Linie und hier kann ich dann schreiben, übersetzt Himbeerkuchen. Gut. Falls ich eine zweite Fußnote hier irgendwo einsetzen möchte, was haben wir denn am Computer? Also hier nochmal Einfügen, Fuß- und Endnote. Wieder automatisch in der Nummerierung, Fußnote, OK. Dann habe ich hier auch schon zweitens. Und hier habe ich auch wieder die hochgestellte 2. Das Besondere und das Tolle hier in dieser Funktion ist allerdings auch, ich mache das mal kleiner hier, wenn dieser Text sich noch verschiebt, auf die nächste Seite. So, jetzt genau aufpassen. Hier haben wir die erste Fußnote, hier die zweite. Und wenn ich jetzt weiter schiebe. So, jetzt ist die zweite Fußnote, ist auf der Seite 2. Und wir haben auch hier die Fußnote auf der entsprechenden Seite, auch richtig noch nummeriert. Und hier die erste Fußnote, die ist noch auf Seite 1. Wenn mein Text so lange vorne noch werden würde, dann würde sich das automatisch hier auf die nächste Seite übertragen. Und ich muss das nicht manuell machen. Hier mit einer Linie, hier durchnummerieren und hier nochmal entsprechend dann die Beschreibung hier einpflegen. Okay. Das war es mit der Reihe Lernbereich 1, Dokumenten, Bearbeitung, Gestaltung. Und dann schauen wir uns mal, was wir so uns demnächst noch vornehmen werden. Bis dann. Mal. Das war's für heute.